so liebe facebook user wir sind wieder live drauf für euch und wir machen jetzt mal was ganz übles wir stellen jetzt mal unseren moderator der jetzt findet sich gerade nämlich in der vorbereitung ist in der maske den stören wir jetzt mal kurz kommt mal mit gehen hier dunkle lange gänge entlang so jetzt wird es hell wir sind in der maske und da ist er einer der stars des abends oli wir sind live drauf wer liegt von dir wer ist der andere der mit dahinten fix gemacht jürgen klopp ist ja aber jürgen klopp ist nicht hier muss ich muss kurz immer nach vorne gucken weil sonst kann ich nicht richtig schlimm sein was erwartet denn heute unsere zuschauer in der sendung klären uns noch mal kurz auf ja ein abend das ist komisch denn wir haben heute donnerstag aber im prinzip ist heute hat champions league als europa league verpackt also die vier deutschen mannschaften darunter drei top teams dortmund schalke leverkusen und dann eben die augsburger mit dem größten spiel ihrer vereinsgeschichte gegen liverpool eigentlich ja gegen jürgen klopp so wie das rüberkommt in der vorbereichterstattung das werden wir live zeigen alle anderen spiele in ausführlichen zusammenfassungen dann ab 23 uhr und ab 19 uhr gehen wir drauf und begleiten das spiel der dortmundern natürlich schon live dortmund gegen porto auch so ein champions league ding beide haben die champions league schon gewonnen jetzt schon im 16 finale der europa league gegeneinander also vielmehr geht wirklich nicht wird ein geiler abend wenn du den mann einmal was fragst du heute nicht mehr aufzureden sehr gut und was können unsere zuschauer per facebook live heute abend noch erwarten oder generell was können sie denn machen im studio viel soll ja nicht mehr so viel reden jetzt bin ich auch total beleidigt ja hashtag donnerstag facebook twitter snapchat instagram überall kann man uns schreiben fragen an die experten zum beispiel ja lobkritik gerne auch sprüche oder irgendwie fotos einfach schicken einfach von eurer europa league party einfach fotos machen uns schicken auch wenn es zu hause allein ist auf dem sofa da gibt es bestimmt auch lustige bildchen freuen uns auf alles und das bringen wir dann live in die sendung richtig vermutlich nicht alles aber ausgewählte beiträge werden es in die sendung schaffen na klar da freuen uns sehr drauf alles klar dann wollen wir übrigens katinka hier die allerbeste maske des heutigen abends sehr gut dann wollen wir euch mal nicht weiter stören und ihr wisst bescheid mit dem hashtag donnerstag könnt ihr heute live eure fragen stellen die wir versuchen möglichst alle im studio zu beantworten also haut rein leute wenn wir uns hier sehen unten 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 dazu